Du hast dich schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema befasst, wie Kunst auf den Rezipienten wirkt. Das hast du schon in einer Zeit getan, in der Hirnforschung und neuronale Netze bei weitem nicht so populär waren, wie das heute ist. Du hast in dieser Kunsttheorie dich sehr intensiv mit der Frage befasst, wie Kunst auf den Empfänger wirkt und dafür auch ein Modell entwickelt. Kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, was die wesentlichen Elemente dieses Modells sind? Es fällt natürlich auf, dass sich Kunst in sehr verschiedener Weise äußern kann. Wir haben eine Kunst über Bilder funktioniert, eine über Töne, Literatur, Modellekunst, Film, Theater und so weiter. Und ich habe mir überlegt, was eigentlich das Gemeinsame ist, all diese Begriffe. Und ich bin drauf gekommen, dass es nicht ganz so schwer ist, dass es alle Künste mit Angeboten zur Wahrnehmung zu tun haben. Wir wollen etwas über das Modell reden, über das Prozessmodell, das hinter der Kunstwahrnehmung steht, im Grunde natürlich auch für andere Arten der Wahrnehmung gilt, weil Kunst für dich ja nichts Außergewöhnliches in dem Sinn ist, sondern ein Wahrnehmungsangebot, wenn auch ein von einem Künstler bewusst gestaltetes Wahrnehmungsangebot, wie vieles andere auch, was wir wahrnehmen in unserer Umwelt. Also der Künstler bringt ein Objekt hervor, oder es kann auch eine Erscheinung wie Musik oder eine Dichtung oder so etwas sein, mit dem er sich an andere wendet. Und die lösen dann die schon erwähnten Wahrnehmungsprozesse aus. Und diejenigen erscheinen uns besonders interessant, die etwas Komplizierter sind, nicht selbstverständlich gleich die Lösung präsentieren, sondern wo man also erst suchen muss nach dem Sinn des Ganzen. Und da steckt eigentlich auch schon die Forderung an den Künstlerkrim. Und jetzt könnte ich natürlich die Frage anschließen, was muss denn der Künstler tun, um das zu erreichen? Und was tut er, wenn ich diese Frage einwerfen darf? Ja, das Einfachste, aber nicht das Wirkungsvollste ist, dass er die Sache einfach komplizierter macht. Und wenn er also irgendeine Landschaft macht, dann ist es ganz nett, aber vielleicht ein bisschen langweilig. Es kann er was Interessantes in diese Landschaft stellen. Vielleicht eine Gruppe von Menschen, die bei der Beanderung sind. Es ist vielleicht immer noch zu langweilig. Vielleicht sind diese Menschen in einem Streit begriffen. Und dann wird es natürlich interessant, weil man dann überlegt, wo überstreiten sie. Und so kann man das beliebig ausweiten. Und da kommen wir allerdings zu einem Widerspruch, wenn nämlich etwas zu kompliziert ist, was in einem Wahrnehmungsangebot angeboten wird, dann können wir das nicht entschlüsseln. Das wird überfordert. Das überfordert, das führt zu einer negativen Emotion, Irritation, Abwehr. Und da stellt sich die Frage, kann ich die beliebig verteilen, durch Gegenstände, durch Farben, durch Formen, die in diesem Bild vorkommen. Oder gibt es da irgendwo eine Grenze? Und da gibt es tatsächlich eine Grenze. Ich kann ein Bild so kompliziert machen, dass es eben nicht mehr wirkt, nicht mehr erfreulich wirkt, sondern zum Abwenden führt. Und der Trick, der mir aufgefallen ist, und weil der sich in vielen Bildern andeutet, viel deutlicher sogar noch in der Musik, aber benügend deutlich auch in der Literatur, das ist das, dass in diesem Wahrnehmungsangebot mehrere Ebenen, also mehrere Bezugsebenen vertreten sind. Also zum Beispiel bei einem Bild kann es die farbige Gestaltung sein, die ich auf mich wirken lasse. Ich kann aber jetzt als Künstler in dieses Aggregat bestimmte Objekte einführen, die auch in einem Zusammenhang untereinander stehen, und die ich getrennt jetzt von der Farbe begutachten kann. Und das muss nicht bei zweien erschöpft sein, ich kann auch vier oder zehn oder zwölf solche Ebenen einbauen. Und das ist ein sehr gutes Mittel, einem Menschen ein Bild zu bieten, das ihm wirklich längere Zeit beschäftigt und sogar vielfach verschäftigen kann. Und wenn die Beschäftigung zu Erkenntnissen führt, dann haben wir also ein sehr positives Erlebnis, vermittelt durch das Bild, durch das Musikstück, oder durch den Romanen. Da möchte ich jetzt gerne einhaken, denn du bist ja selbst nicht nur jemand, der sich theoretisch mit der Kunst befasst, sondern du befasst dich ja eigentlich theoretisch mit der Kunst, weil du selbst auch künstlerisch arbeitest. Ich möchte jetzt an dieser Stelle aber nicht auf die Bildwelten eingehen, also die Computergrafiken, Computerkunst, die du seit vielen Jahrzehnten ja auch produzierst, sondern auf dein literarisches Schaffen. Du bist ja auch Romanautor, befasst dich da konsequenterweise, möchte ich sagen, auch mit der Zukunft, also mit utopischen Motiven. Lass uns doch ein bisschen ins Nähkästchen gucken von dir. Kannst du uns da ein paar Andeutungen dazu geben, wie das da mit dem Mehrebenenmodell beim Schreiben utopischer Literatur funktioniert? Also genau in diesem Genre ist das besonders leicht zu beschreiben und ich glaube auch überzeugend darzulegen. Bei einem, das ist ein zwölkischer Roman oder einer Geschichte, die ich schreibe, da geht es dem Leser vordergründig zunächst einmal um das Erlebnis. Er sucht sich eben eine Identifikationsfigur aus, so ist das üblich bei der Unterhaltungsliteratur. Er lebt dann mit dem seine Vorteile und seine Nachteile, die er sich erwerben kann und beim ersten Lesen, er kann sich ja die Lesegeschwindigkeit selbst einstellen. Er wird nicht schneller lesen, als er es verstehen kann, also er hat da eine bestimmte Lesegeschwindigkeit, die genügt, um ihm diese Handlung verständlich zu machen. Und was ich nun haben will, das ist das, ich bringe in meinen Büchern natürlich auch einiges an Information über Konfliktsituationen herein, wie man die bewältigt unter dem Einfluss einer Umgebung, die man als zukünftige Welt bezeichnen kann. Und das ist also was ganz anderes als die körperlichen Erlebnisse, die er hat, sondern es kann sich da um gesellschaftliche Dinge handeln, oder um die Möglichkeit der Bildung, oder der Beschäftigung, berufliches Leben und so weiter. Und es haben manche Leser zu mir gesagt, ich habe dieses Buch mit großer Spaltung relativ rausstur gelesen und nachher habe ich mir gedacht, Donauwetter, da ist doch eine Welt beschrieben, die nicht mehr unsere ist, eine künftige Welt. Und ich habe das Buch ein zweites Mal gelesen. Und das ist für einen Autor natürlich sehr angenehm, wenn man das hört. Er soll es auch noch ein drittes und viertes Mal lesen. Er kann nämlich bei meinen Büchern unter Umständen auch noch weitere Ebenen entdecken. Also nicht nur die dieser sozialen Zustände, die natürlich bei den Zukunftsumann sich unterscheiden von unseren und deshalb schon ein gewisses Interesse verdienen. Aber ich kann zum Beispiel auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse extrapolieren. Noch viel interessanter natürlich die Robotik, die ja heute recht aktuell ist. Nicht mehr, wie weit kann das gehen? Können die intelligent werden? Und da steckt eine ganze Menge von Problemen drin, zum Fragen. Also der wissenschaftlich-technische Komplex, wie sich der weiterentwickelt. Genau das. Und auf einmal kann sich einer sagen, weil jetzt bin ich doch auch interessiert dran, wie ist das mit den Automaten? Wir sind heute schon ein bisschen weiter als vor zehn Jahren. Aber der Franke, der hat doch da etwas geschrieben, wenn man was in 50 Jahren spielt, schaue ich mir mal an. Und dann liest er das Buch ein drittes Mal. Es kann zum Beispiel dann eine weitere Eberle interessant sein, wenn man nämlich eine künstlerisch interessante Sprache verwendet. Also wie ich etwas darstelle, wie ich die Personen beschreibe, wie ich den Leser teilnehmen lasse an dessen Amt dauern. Das ist dann schon etwas, was künstlerische Fertigkeiten erfordert. Man merkt ja bei dir sehr intensiv, dass du jemand bist, der Themen durchdringen will, also auch ein emotional belegtes Thema Kunst rational erfassen möchte, der verstehen möchte, wie sie funktioniert. Funktion hat dann im Spiegelbild auch mit Konstruktion zu tun, wie man sie konstruieren kann. Ein Buch von dir heißt ja auch Kunst und Konstruktion. Da sind wir jetzt dann schon an einem Punkt, der ja auch in deinen Romanen immer wieder aufgegriffen wird. Robotik, du hast das Stichwort schon genannt. Kunstmaschine. Wenn du jetzt dein theoretisches Modell zugrunde legst, glaubst du, dass man künftig Robotern die Gabe geben kann, Kunst zu produzieren? Was ist dafür nötig und was macht der Künstler dann? Ist der Roboter der bessere Künstler am Ende, weil er die Wünsche des Publikums besser erfüllen kann? Ja, also das Thema Maschine und Kunst ist natürlich hochinteressant, aber ich möchte doch bemerken, dass wir eine ganze Menge Maschinen in der Kunst verwenden, nämlich in der Musik. Und das sind physikalische Präzisionsmaschinen. Aber man kann natürlich jetzt sagen, wie wäre es denn, wenn ich ein solches Ausgrabegerät, das getöne aus, wenn ich das kombiniere mit künstlicher Intelligenz. Also nehmen wir mal an, wir hätten schon Schaltungen, und wenn die also als intelligent gelten können, wenn solche Schaltungen verfügbar sind, warum soll ich dieses Kombinat, diese Kombination aus Gehirn oder künstlicher Intelligenz und dem Ausgabegerät nicht Kunst erzeugen lassen? Wenn ich die Regeln kenne, denen der Aufbau eines Kunstwerks folgt, kann ich das programmieren und dann ist das möglich. Unterstellen wir mal, man hätte vor 100 Jahren schon Computer gehabt, die Musik machen können. Dann würden wir heute noch Balzer hören von Johann Strauß aus der Maschine. Was ist nötig, um die Kunst weiterzuentwickeln? Nein, man muss die Regeln ändern. Und wenn man mit der zunehmenden Gildung der Schicht, die diese Musik hören will, wenn man die berücksichtigt, dann kann man zum Beispiel gewisse Tonfolgen komplizierter machen oder eine andere Art von Rhythmus einführen. Diese Intelligenz ist ja nicht etwas Unverändertes, was seit dem vorigen Jahrhundert unverändert bleibt. Da kann man ja etwas ändern dran. Wenn du davon sprichst, dass man die Regeln der Kunst ändern muss, Frage, glaubst du, dass die Kunst, wie sie sich entwickelt hat, durch Veränderungen von Regeln, eigentlich zwangsläufig ist oder sich auch hätte ganz anders entwickeln können? Ja, ganz anders nicht. Wenn wir über bestimmte Sinnesorgane den Interessenten erreichen, dann müssen wir natürlich sehr starke Rücksicht nehmen auf die physikalischen Eigenschaften der Sinnesorgane. Ich kann keinen Film zeigen, der mit Ultralicht erzeugt wird, das kann man nicht sehen. Oder ich kann also nicht mit irgendwelchen Formen arbeiten, für die man irgendein besonderes Gerät braucht, um sie überhaupt in den Sinnen zuzuführen. Also kurz und gut, Grundregeln der Wahrnehmungsorgane muss man berücksichtigen. Letzte Frage. Welche Rolle hat für dich der Künstler in der Gesellschaft oder sollte er bestenfalls haben? Das ist eine interessante Frage, denn normalerweise meint man ja mit Kunst, irgendwelchen Interessenten Freude bereiten zu können. Und es stellt sich aber dann heraus, wie kann in unserer Gesellschaft eine Aktivität, die doch sehr viele Menschen betrifft, als Interessenten, In unserer Freizeitgesellschaft hat man ja auch Platz für die Aufnahme von Kunst in verschiedener Art. Ganz gewiss. Und es ist natürlich zu befürchten, dass eine Menschheit, die so sehr auf Unterhaltung ausgerichtet ist, dass die schwierige Probleme immer weniger bevorzugt und lieber es leicht hat. Das heißt also, man ist da mit Kitsch zufrieden, man ist mit Unterhaltungsliteratur einfachster Art zufrieden. Und jetzt ist die Frage, kann Kunst dem entgegenwirken? Und ich glaube, das kann sie. Denn wenn man mit einem Bild konfrontiert ist, wie ich es beschrieben habe, oder mit einer Geschichte, einer Literatur oder einem Musikstück, das einen bestimmten Reiz hat, der Interesse erweckt. Also Interesse muss das natürlich erwecken. Dann neigt man dazu durch seine emotionale Steuerung, weil wir sind als Menschen interessiert daran, was Neues zu lernen. Das ist das Gegenteil von Langweilen. Was Neues kennenlernen, Entdeckungsfahrten machen, auch in irgendwelchen Bereichen, wo man keine Reisen machen muss, sondern einfach was Neues kennenlernen. Und das wird durch Kunst natürlich ganz erheblich verstärkt und am Leben geraten, zunächst einmal. Das heißt natürlich, Leute, die gewöhnt sind, sich mit Kunst zu beschäftigen, die üben ihre Fähigkeit, irgendwelche Bedeutungen zu entdecken, auch wenn sie versteckt sind. Und je mehr er drin ist, desto besser. Ja, also je mehr er gefordert ist, je schwieriger das Problem ist und er kann es trotzdem lösen. Das ist nämlich dann eine positive Seite in dem Interessenten an dem Kunstwerk. Er wird dabei bleiben, er wird das öfter haben wollen, dieses Erlebnis. Und das bedeutet eigentlich, dass die Kunst in einer Welt, in der diese Wahrnehmungsanwendung Anwendung der Vorsicht, der Gefahr ausweichen, nicht bei einem Tier, einem Wilden, da zu unterliegen, die hält die alten Fähigkeiten der Wahrnehmung lebendig. Und das sehe ich, das ist eine ganz wichtige Funktion der Kunst, die also über das schöne Erleben weit hinausgeht, nämlich, dass die Fähigkeiten, durch Wahrnehmung Erkenntnisse zu erwerben, dass die mit Hilfe der Kunst lebendig gehalten wird. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,